Heute soll es um Schuld gehen. Vielleicht fühlt ihr euch schuldig oder ihr gebt einer anderen Person Schuld an etwas. Mich interessiert, wer eigentlich definiert, wann jemand Schuld hat, vor allem wenn es nicht vor Gericht verhandelt wurde. Wie könnte euch oder anderen vergeben werden? Das ist die Frage. Ein Podcast von Funk. Hallo, hier ist Frank. Hi. Hi. Wer ist denn? Anna hier. Hi Anna. Gibt es eine Geschichte, die du erzählen könntest? Hallo, hier ist die Geschichte. Hallo, hier ist es 59. закdoche, dieu Tein Augustin. Sieける coursens cry. Una trache der Suche. Bitte, dieu Tein Augustin ist. Ich Peало. úde zu Ici auf condemn.